okay ja das ist da wo ich bei o'neal gespeichert habe zum glück habe ich gespeichert gott sei dank bin ich voll ja okay ja dann wieder zurück raus eigentlich wollte ich ja nicht da eigentlich wollte ich ja jetzt nicht hier das mit dem mit der tür machen aber muss ich jetzt wahrscheinlich noch mal oder nö hallo mietze hi habe ich noch eine die ich habe kein dia mehr bekommen oder nein keins mehr sind alles die alten komm schon ja gibt keine was soll ich machen aber ich auch nicht kommen die tür ist weg auch dein ernst doch kommen wie gemein na egal sagt wieder da detektiv natürlich hätte ich nicht gedacht wir haben 11.000 11.000 was kostet 7000 7500 könnte mal ein bisschen mehr heilung vertrage schnell erholung du regenerierst mehr gesundheit wenn du heilgegenstände nutzt ja das ist doch schon mal was das brauche ich auch das kann ich hier ruhige hand geringerer rückstoß da brauche ich ein ding ich will das irgendwie für das nicht verwenden das wird das auch nicht reflexe ausweichen ich muss echt überlegen ich brauche mehr leben kein gel mehr was steht da dir fehlt folgende komponente 350 nur wenn ein angriff dir so viel schaden zufügt dass du sterben würdest weißt du die zähne zusammen und bleibst stattdessen mit einer geringen menge gesundheit am leben und das ist doch gut was ist das hört die menge der regenerierten gesundheit bei heilung kurz vorm tod mist jetzt habe ich nicht genug sonst werde ich das auch genommen kann man was für 3000 kaufen nirgends 8000 ja genau das hier kostet glaube ich nicht so viel ja es kostet 3000 ruhige hand sehr schön gut danke und es geht so wieder zurück und sie wollen sich stärken sie kommen ihrem ziel näher ich spüre es meine tochter sie ist hier irgendwo ja und sie sind entschlossener sie haben sich verändert ich verändere sie weiter ich gebe ihnen die möglichkeiten sie zu finden mhm ok so wir haben uns geupgradet also geht jetzt wieder das horrorspiel weiter so erst mal raus gerät so inni äh ich hab doch achso ich muss noch mit ihm sprechen ich dachte das hätte ich schon ach deswegen ist das nicht gekommen mit der tür mhm ok jetzt es geht ihnen gut keine ahnung ob gut das richtige wort ist aber hier bin ich also wie kommen bla 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 das haben wir alles schon gehört das muss es ist ein wo ich ich sieht ja ja wir haben das schon gehört vielleicht aber dann hätten sie die hier nicht die durchgänge glaubt man ohne die hier würden sie nicht überleben tödliche Gaslecks die schlechte nachricht immer zum schluss was nachdem was wir bisher gesehen haben bezweiflicht sie helfen wollen sie klappe los weiter geht's kapitel 4 hinter dem vorhang hallo babe schön dass du eingeschalten hast gut wo müssen wir denn jetzt ganz genau hin wieder ganz da hoch na super welchen weg nehme ich denn da das ist jetzt die frage wieder die straße hier oder die straße die frage ist jetzt auch guck mal was da liegt was haben wir hier ein schlüssel danke das ist die kirche da haben wir den pater erledigt keine nebenquests gehen wir über die gärten durch das sind wahrscheinlich nicht so viele gegner okay da drüben ist schon einer was oh fuck wo ist er denn da ist sie wo ist sie ah und tschüss okay im gebüsch erledigt oh nein bitte nicht nein oh nein super da komme ich nicht durch wo ist sie wieder wo ist sie wieder ah da ist sie da ist sie da ist sie okay warte ich brauche ich muss einen Punkt setzen dass ich da hingehe ja entkommen so sieht es aus oh nein scheiße da vorne sind ganz schön viele wieder ach du scheiße Gott sind das viele und hier ist auch irgendetwas irgendetwas was was so grunzt nein das ding Gott sie schlafen in bäumen habe ich noch eine axt ja ich habe noch eine axt kann ich einen mit einer axt erledigen oh Gott sind das viele und ich muss da durch scheiße sind das viele alter verdammter Mist ich komme da nicht durch das sind viel zu viele aber durch den Garten komme ich auch nicht durch da sind diese komischen Hundefiecher da was auch immer das sein mag ist da was drin habe ich Post ne habe ich nicht ja ja du hast was gesehen das ist ein Maul hat jemand was gesehen gehört hier nein oder nein okay eine bin ich los eine bin ich los kommt Nummer 2 jetzt habe ich keine axt mehr scheiße aber hier ist noch eine mit axt Gott alter wie die auf den einhackt das Geräusch in meinen Ohren das ist echt ekelhaft ok 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 langsam wir haben Zeit wir haben Zeit nein nein oh nein verdammt fuck 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 das Problem ist ich kann jetzt nicht mehr hinters Haus weil da diese komischen Hundefiecher sind ok 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 komm 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 her wo ist er hat aber schnell aufgegeben komm komm schon ich muss dem hinterher komm schneller ich hab doch schneller schleichen drin wieso klappt das nicht jetzt ja schlampe sehr schön die axt nehme ich gold und das grüne Zeug nehme ich natürlich auch ok ok warten 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 hat sie mich gesehen ja aah scheiße scheiße verdammt au jetzt reicht's aber ich kann das genauso aah hu hu es waren zwei auf einmal ok die letzte mache ich aber jetzt nicht wieder mit einer Axt fertig auch erstmal eher wieder eine Spritze die hat wieder einen Monative Cocktail bei sich scheiße noch ein bisschen verweilen jetzt geh wieder an deinem rechtmäßigen Platz und und jetzt tschüss und tschüss nein aah aua egal das was wir ja alle getötet so weiter zu meinem Ziel ich es ist Vielen Dank.